Kommt die neue Steuer für alle Rentner? Mein Name ist Peter Knöbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich hatte ja am 12. Oktober 2023 ein Video auf unserem YouTube-Kanal von RentenBescheid24.de veröffentlicht zum Thema neue Steuern für die Rente geplant. Und zwar soll es, wenn es nach dem Boss der Gewerkschaft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter geht, einen direkten Abzug von der Rente als Quellenbesteuerung geben. Sie sehen hier meinen Artikel dazu, den ich auf RentenBescheid24.de veröffentlicht habe. Und Sie können sich gerne auch nochmal das Video vom 12.10.2023 anschauen. Ich setze auf dieses Video da nochmal einen Link rein. Mir geht es um Folgendes. Das Bundesfinanzministerium hat auf seiner Internetseite mitgeteilt, dass die Kommission bürgernahe Einkommenssteuer am 12. Oktober 2023 ihre Arbeit aufgenommen hat. Und diese Kommission besteht aus einigen Experten, Mitgliedern, unter anderem auch der Florian Köbler mit dabei. Ja, der Florian Köbler, den Namen merken wir uns. Und das ist dieser Herr hier. Das ist der Florian Köbler. Und dieser Florian Köbler, meine Damen und Herren, ist der Chef der Steuergewerkschaft. Das ist der Herr hier. Ja, dieser hier. Und dieser Mann ist sozusagen ein kleiner Steuerrevolutzer. Der will das Steuerrecht, das Einkommenssteuerrecht, das Unternehmenssteuerrecht usw. revolutionieren. Der will also die Tätigkeit seiner Gewerkschaftsmitglieder, das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Finanzämtern, vereinfachen. Er sagt im Großen und Ganzen, Leute, wir müssen für 6 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland Steuererklärungen machen. Was ist denn das für ein Quatsch? Lasst es uns doch viel einfacher machen. Lasst uns doch da eventuell eine Art Quellenbesteuerung draufsetzen. Und dann schauen wir einfach mal, wo es dann hingeht. Damit können wir uns 6 Millionen Steuererklärungen pro Jahr de facto ersparen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern würden entlastet werden. Ja, meine Damen und Herren, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich bin auch generell für Entlastung. Ich bin auch für Vereinfachung. Ist auch klar. Denn jede Steuervereinfachung ist auch letzten Endes eine Art Gerechtigkeit. Aber das Kernproblem bei der ganzen Geschichte, ich fange jetzt, ich würde das nicht eingrenzen oder sagen wir mal wieder einschränken alles. Aber das Kernproblem, und das müsste uns der Herr Köbler mal erklären, ist ein ganz interessanter junger Mann. Der müsste uns einfach mal erklären, wie das technisch, wie das gesetzlich umgesetzt werden würde. Wenn ich jetzt sage, ich nehme für 6 Millionen Rentner und mache dort, nehme die Steuererklärung weg, mache eine Art Quellenbesteuerung. Und wir wissen ja auch, dass jedes Jahr immer mehr Rentnerinnen und Rentner steuerpflichtig werden, dann habe ich doch ein ganz großes Problem. Ich habe das Problem, dass ich nur auf die Steuern, auf die Renten eine Art Quellenbesteuerung draufhauen kann oder erheben kann, wo ich genau weiß, als Finanzamt, da kann ich auch steuern. Da kann ich auch eine Steuerzahlung erwarten. Woher weiß ich das? Das muss ich doch im Vorfeld berechnen. Ich kann doch nicht einfach auf eine Sozialleistung eine Steuer erheben, wenn ich gar nicht weiß, ob dieses Einkommen de facto ein zu versteuerndes Einkommen ist. Oder ob es und 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 vor allen Dingen, ob dieses Einkommen dann auch noch, wenn es denn letzten Endes bereinigt worden ist, dann auch über oder unter dem entsprechenden jeweils für die Jahre geltenden Grundfreibetrag liegt. Ja, das heißt also, meine Damen und Herren, hier gibt es das Problem, wie das technisch und auch dann gesetzestechnisch umgesetzt werden soll, dieser Vorschlag. Ich halte diesen Vorschlag gar nicht für so dumm. Er soll ja letzten Endes zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern führen. Aber letzten Endes müssen wir auch bitte immer aus der Brille der betroffenen Rentnerinnen und Rentner schauen, müssen uns die Frage stellen, wer A soll die Steuer erheben? Soll das die Rentenversicherung machen? Also sollen praktisch von den Steuern, sollen von den Rentenleistungen die Steuern gleich abgezogen werden? Und B, wie bekomme ich eigentlich im Vorfeld heraus, dass tatsächlich diese Renten dann auch steuerpflichtig sind? Und kann es nicht möglicherweise sein, dass ich genau den umgekehrten Effekt dadurch habe, dass dann nicht nur 6 Millionen, sondern möglicherweise auch aus Gründen der Angst oder da wie auch immer, dann mehr Rentnerinnen und Rentner eine Steuererklärung abgeben und ich sozusagen das Finanzamt damit doppelt und dreifach mit Arbeit flute. Also meine Damen und Herren, spannendes Thema. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich werde Sie informieren über dieses Thema. Ich finde, dass die Idee des Herrn Köbler gar nicht so schlecht ist und vielleicht schaffen wir es mal, den Herrn Köbler als Interviewpartner für Rentenbescheid24.de zu gewinnen. Näher zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de und natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal von Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.